Der Stadtbach Simmering. Also musst du da voll Öl verlieren. Aber genau die Befürchtung hatte ich gehabt. Alter, mit. Ah, hier der Quellen. Ah, okay, okay. Alle Quellen. Horschkeldens bei Kfz. Schön, dass ich eingeschaltet habe. Heute geht es wieder um den A6 Avant, den ich gekauft habe. Drei Liter. 2011. Knapp 240.000 gelaufen. Kurze Geschichte. Ich habe den hier gekauft, weil der Kunde in der Werkstatt war. Und da wurden einige Mängel aufgeschrieben. So, dass sich das nicht mehr lohnt. Und dann haben die Geld angeboten. Der Kunde hat dann gesagt, okay. Dann haben wir miteinander geredet. Dann habe ich mehr Geld geboten und habe das Auto gekauft. Kurzgeschichte. Und jetzt kommen wir zu den Mängeln, die dieses Auto angeblich haben soll. Ich habe es noch nicht geschafft. Wir haben hier einen Audi A6. Aber jetzt weißt du auch, warum nur Ramona geschrieben hat. Bremsen. Vorderachse. Also Hinterachse ist auch nicht das Beste, aber Vorderachse ist durch. Die müssen wir erneuern. Das stimmt. Das sehe ich schon. Bei dem Fahrzeug sollen alle Gelenke vorne kaputt sein. Gelenke oben sollen kaputt sein und unten im Gelenk. Deswegen macht man in der Regel auch alle Gelenke. Hier sehe ich auch eine Beule. Meine Fresse. Je öfters ich sehe, desto mehr Beulen sehe ich an dem Fahrzeug. Alle Querlenker. Dann sollen wir ein Problem haben mit dem Automatikgetriebe. Das kann ich gar nicht bestätigen. Ich bin den ganz normal gefahren. Keine Probleme gehabt. Also schreiben wir auf. Automatikgetriebe. Du, die haben den ausgelesen und einfach nur da geguckt oder die haben den gefahren und irgendwie gesagt, das und das. Ich weiß es nicht. Inspektion. Dann die Winterreifen waren tot. Die schreiben wir nicht auf. Ölverlust. Simmering. Ja, er soll Öl verlieren. Okay. Also Bremsen, alle Querlenker, Automatikgetriebe, Inspektion, Ölverlust. Ich würde einfach mal hier sagen, Bremsen vorne, hinten, sauteuer, bei denen sind wir bei 1000 Euro. Querlenker Satz sind ungefähr bei 1400 Euro mit Einbau. Wir machen das erstmal ohne Einbau. Ungefähr 1200 Euro Querlenker. Automatikgetriebe wissen wir nicht. Im besten Fall nur eine Spülung mit ungefähr 500 Euro Kosten. Im schlimmsten Fall Automatikgetriebe. Sagen wir einfach mal 2000 Euro, okay? So, Inspektion, je nachdem, weil wir in die Türkei fahren, machen wir natürlich eine große Inspektion. Sagen wir mal 500 Euro. Ölverlust Simmering. Ich weiß es nicht. Meinen die am Getriebe? Darum auch Automatikgetriebe vielleicht aufgeschrieben. Oder meinen die motoseitig? Machen wir mal einmal, weil wir es nicht wissen, einfach auch mal 500 Euro. So ein Audi Avant, 3 Liter, Baujahr 2011, kostet in einem guten Zustand. Ich sag einfach mal 10.000 Euro locker. Die Preise ist sowieso gestiegen, weil jeder so ein Auto kaufen möchte, in den Urlaub fahren möchte. Hier haben wir 1.000, 1.220, 4.200, habe ich 2.220 gesagt? Ja. Ja, jetzt weiß ich auch, warum ich immer Taschenrechte hatte. So, 1.000, 2.200, 4.200, 4.700, was habe ich denn da gemacht? 500 sollte das sein. Was war das jetzt? Was ist los mit dir? 4.700. 4.700. 4.700. Werkstatt Main, ungefähr, ich sag mal, 5.000 Euro. Ich glaube, das kommt sogar hin, die Summe. Jetzt einfach mal für die Leute, also ich erlebe das ja jeden Tag. Wenn ihr jetzt, ich sag mal, ein Auto habt, was 10.000 Euro wert ist und ihr müsstet echt 5.000 Euro reinstecken, also jetzt im schlimmsten Fall jetzt hier, dann fragen die mich mal, lohnt sich das, lohnt sich nicht. Ich sag immer, was kriegt man für 5.000 Euro immer? Also wenn das jetzt 2.000 ist, dann sag ich, was kriegst du für 2.000 Euro, was kriegst du für 5.000 Euro? Und ich finde, für 5.000 Euro so ein Auto mit der Laufleistung ist das okay, könnte man eventuell machen. Ist schon viel Geld, wenn wir jetzt davon jetzt ausgehen, was die Werkstatt meinte. Ja, wenn die alles machen würden. Ja, und ihr müsst euch vorstellen, es wurde nur ein Bruchteil von dieser Summe angeboten. Ein Bruchteil, was ich immer noch nicht sage. Aber definitiv da drunter. So, und jetzt bin ich mal gespannt, ob die Werkstatt recht hat. Oder ob ihr welche andere Mängel finden. Wenn mehrere Mechaniker den anschauen, viele finden was anderes immer. Der eine findet das eher und der andere das. Jetzt bin ich mal gespannt, was ich finde. Ich fahre eine lange Strecke damit, deswegen muss für mich der Wagen tip top sein. Da gibt es nicht, ah, kann man wechseln? Wir wechseln. Und so will ich den Wagen jetzt auch anschauen. Aber auslesen werden wir noch machen. Ich kriege so ein neues Diagnosetester, da werden wir alles mal ausprobieren. Partikelfilter, Rußgehalt und so. Das werden wir alles noch auslesen. Bremsen brauchen wir nicht sagen. Alltäusche Bremsen sind tot. Das siehst du, hat zwar noch ein bisschen Belag drauf, aber die Scheiben sind auch richtig runter. Die muss man machen. Da kommst du nicht drum herum. So, und jetzt sehe ich schon hier oben, ist typisch. Der hat diese typischen Risse an der Seite hier. Aber ist der denn ausgeschlagen? Das ist so eine Sache. Ja, doch, der sieht schon ausgeschlagen aus, ne? Ja, das ist immer ein Problem. Diese Risse sieht man sofort bei den Querlenkern. Und den zu 100 Pro. Also bei den Querlenkern ist das so, auch wenn da jetzt richtig was ausgeschlagen ist, ich könnte es nicht richtig ermitteln. Wenn man jetzt nur von diesen Rissen her geht, ja, hier, die Risse sind, die sind kaputt. Ja, vorne, oben, die Querlenker sind durch. Stoßdämpfer sehen aber auch nicht mehr gut aus. Diese Querlenker. Ja, die Querlenker, beide Seiten. Aber hier, der Querlenker ist auch durch. Der ist auch durch, ja. Der ist auch durch. Gut, und der Stoßdämpfer hier, ihr seht, den Stoßdämpfer, der ist auch nicht mehr. Der Beste ist aber noch dicht, ne? Boah, das merkt man nicht, aber irgendwas spielt da hinten. Ne, hier unten haben wir auf jeden Fall ein Spieleilosch. Ah, hier der Querlenker, okay, okay, alle Querlenker. So, die Achse ist gut, ne? Oben die Querlenker auf jeden Fall, die sind ausgeschlagen. Oh, ja, ja, hier hinten siehst du auch, der ist auch ausgeschlagen. Guck mal hier, wenn du den hier hast. Der ist auch ausgeschlagen. So, Bremsen, haben die recht, klar. Querlenker, gebe ich denen auch recht. Die müssen alle gemacht werden. Stoßdämpfer habe ich jetzt gesehen. Ich kann euch nicht sagen, ob der Stoßdämpfer in Ordnung ist oder nicht. Dann müsst du mal einen Test machen. Da tritt nichts aus. Da schaut doch Simmerring. Also musst du da voll Öl verlieren. Siehst du jetzt einfach mal hier Öl? Nein, aber das muss man ja erstmal abmachen, oder? Wahrscheinlich. Ne, brauchst du nicht. Sobald hier Öl verliert, ne? Das ist nur Plastik. Und ein bisschen Schaum hast du drinne, aber dieser Schaum würde trotzdem voll Öl ziehen und du würdest überall hier Öl verlieren. So, und der Motor ist komplett trocken. Guck dir das an, komm her. Komm, guck dir das von hier an, Reilusch. Guck dir von hier an. Der ist komplett trocken. Komplett sogar. Also nicht ein bisschen komplett. Da ist gar nichts. Oh, der ist sogar super trocken. Getriebeöl. Also Getriebe ist auch trocken. Super, hier haben wir Temperaturfühler. Ja, hier die Achse ist immer. Oh, das sieht aber ziemlich verrostet aus. Ja, ist aber Kreddlöcher. Hast du auch sehr selten, dass die ganz durchrosten. Also das ist schon massiv. Kann man die denn bearbeiten, wenigstens ein bisschen? Ja, klar. Bearbeiten kann man nicht. So. Ja, ich meine, die Stoßdäffer sind echt die Originalen noch. Da kann man sich echt mal überlegen. Ob man die vielleicht nicht neu macht, die Stoßdäffer vorne hinten. Auch nichts. Gar nichts ausgeschlagen. Ich höre auch keine Radlagergeräusche. Auch keine Antriezellen, die krumm sind. Bremsstreiche sind gut. Das ist gut, das ist gut. Aber genau die Befechtigung hatte ich gehabt, Alter. Mit was. Gucken wir mal hier. Ja, hier ist auch was ausgeschlagen. Oh, die Reifen sind auch fünf Jahre alt. Also nicht mal vier Jahre. 49 pro Woche. Super. Hinten. Ölverlust sehen wir gar nicht. Dann haben wir Automatikgetriebe. Kann ich schon vornherein sagen. Gar nicht. Querlenker, das stimmt. Und Bremsen vorne, hinten. Also ja, hier 1000 Euro vorne und hinten. Stimmt. Inspektion. So, das heißt, Ayrosch, was jetzt dazu nur kommt, ist Stoßdämpfer. Vorderachse plus Hinterachse. Die werden nicht billig. Also das ist Sportstoßdämpfer. Dann müssen wir mal schauen, was die kosten. Aber ich würde mal echt sagen, auch zu 800 Euro. Ausstellen, wir haben 1000, 2200, 3000, 3500 Euro. Ich so, okay. Ayrosch. Ayrosch. Wir könnten nur vorne die Bremsen machen. Okay, du nimmst die besten Bremsen. Sagen wir mal 400 Euro. Leute, das ist immer Endverbraucherpreise. Also denkt jetzt nicht, ich kriege die 400 Euro. Natürlich kriege ich die günstiger. So, sagen wir mal, wir machen die Bremsen. Nur vorne. Machen wir hinten, vorne, hinten. Rechte mit 600 Euro. Also ja, wenn du die Querlenker machst, dann musst du die Stoßdämpfer mitmachen, Ayrosch. Machen wir auch. Erst, Stoßdämpfer neu, alle Querlenker neu. Inspektion neu, Bremsen neu. Ich sagte so, 300, also 3500 Euro wird jetzt, ich sag mal, ein Kunde zahlen. Da kommt noch eine Arbeit dazu. Also ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, aber ich weiß, dass er Simmering gesagt hat. Okay. Da war nichts undicht. Was soll da irgendwo undicht sein? Nichts. Und Automatikgetriebe war auch nichts. Also ich bin auch der Letzte, der irgendwie hier gegen einen Kollegen schießt oder so. Aber ich finde, wenn echt die Werkstatt gesagt hat, Automatikgetriebe, stimmt was nicht. Und plus Simmering, dann finde ich das traurig. Aber ich frage mich, wie stellt man denn ein Automatikgetriebe defekt? Oder haben die gesagt, dass die uns gewechselt sind? Wir haben die Probefahrt gemacht und haben gedacht, der zieht nicht richtig. Aber du hast ja gestern gefahren. Also wenn der nicht zieht, ich bitte dich. Ich finde es auch, der ist gut. Ja, ich weiß nicht. Also ich will jetzt keinem was unterstellen. Vielleicht hat der Kunde das auch falsch gehört. Wenn das echt so sein sollte, dann finde ich das traurig. Ich auch. Ja, also man darf nicht Kunden sagen, das, das, das ist kaputt, wenn es nicht kaputt ist. Das ist No-Go. Wenn was kaputt ist, der eine kann 400 Euro dafür verlangen, der andere kann 600 Euro dafür verlangen. Das ist dann jedem selbst überlassen. Aber ich finde, man darf nicht sagen, das, das, das ist kaputt. Man darf nicht betrügen. Das sind jetzt ungefähr Preise, Leute. Also das ist jetzt nicht das, was ich zahlen werde. Aber ich finde das okay. Weil stell dir mal vor, für 3.500 Euro werden wir für den V10 zwei Turbos bekommen. Nicht mal richtig. Die Meinung gehabt, also ich habe den Ragen gefahren und ich habe auch von mir aus selber gesagt, da ist nicht viel dran. Vorher die Quellenker hat man gespürt, habe ich ja gesagt, rechts knacken, habe ich was gehört. Ein Set kaufen, einbauen, schöne Sporeinstellung und dann Gibi. Alter, stell dir mal vor, den jetzt Stoßdämpfer. Aber Stoßdämpfer mit Tieferlegungsfeder. Wow. Der zieht so gut, der zieht so gut. Ich will mal sehen, wie er nach zwölf Jahren, nach 240.000, will ich mal gerne wissen, wie viel der noch gelaufen ist. Ach, wie viel PS der noch hat. Das würde mich interessieren. Du musst ja wohl zu Mittag gehen. Der mit dir. So, schöne Grüße an mit dir. Ich komme. So, dann würden wir das auch nochmal gucken. Und wer weiß, vielleicht machen wir noch was da. So, wenn ich ein Auto kaufe, dann muss ich damit fahren, damit ich es einschätzen kann, dass ich damit eine leere Strecke fahren kann. Ja, das sollte man tun. Definitiv. Deswegen bei der Featron wird es ja knapp. Wenn es bis dahin nicht klappt und ich diese Strecken nicht fahren kann, dann haben wir ein Problem. Jetzt stell dir mal vor, wir fahren 500 Kilometer, alles super. Und dann bang, bleibst du liegen, Kollege, finden wir erstmal eine Werkstatt. Ja, finden wir erstmal eine Werkstatt, die da drangeht. Wenn ihr sehen, vor zehn, oh. Tschüss. Wir haben viel zu tun. Nee, wird keiner drangehen. Egal. So, ich bin auf jeden Fall happy. Aydosh ist happy. Bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal auf Kraft. Bis dann. Ciao. Aydosh, geht doch. Tiefer legen. Glaub mir, Grad. Tiefer legen. Vielleicht andere Fähigkeiten. Ich bin ganz da. Ich bin ganz da.